Norddeutscher Rundfunk 2021 Das ist kostbarer als alle Schätze dieser Welt. Du gemeiner Lügner! Du hast Natalie schon vorher gekannt. Du hast sie jetzt in den Fürstenhof geholt, damit sie mich und Vincent auseinanderbringt. Nein, das stimmt nicht. Du hast die ganze Zeit gewusst, dass ich will mein Vermögen erben werde. Nur deswegen warst du mit mir zusammen. Du hattest es auf mein Geld abgesehen, nicht Vincent! Anna? Ich will dich nie wieder sehen! Anna? Anna, komm zurück! Anna!